Morgen Leute und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Siegholz-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid zum Update 13.3, denn die neuen Inhalte stehen quasi schon vor der Tür. Um den 11.04.2024 erwarten wir das Update auf den Live-Servern. Und mit dabei ist zum Beispiel der Deutsche Kreuzer Wiesbaden. Es werden aber auch die asymmetrischen Gefechte zum Beispiel zurückkehren und viele weitere Sachen, die wir uns jetzt nacheinander anschauen wollen. Lehnt euch zurück, ab geht die wilde Fahrt durch den Content des Aprils. Als erstes wollen wir uns natürlich einmal die Werft anschauen, denn die startet mit dem Update 13.3 und geht bis zum Ende des Updates 13.5. Das Update 13.3 und 13.4, da haben wir die Möglichkeit, über Kampfaufträge 28 Werftbauphasen uns kostenlos zu erspielen. Zwei weitere Werftbauphasen werden dann noch benötigt, um die Werft komplett abzuschließen und am Ende auch das T10-Schlachtschiff Wisconsin in den Händen zu halten. Es ist ein Iowa-Klasse Schlachtschiff, welches über einen F-Befehl verfügt und über eine etwas bessere Hauptbatteriestreuung, zumindest laut den API-Daten. Und das ist sozusagen schon mal das Kernkonstrukt. Wir haben also quasi zwei Monate lang Zeit, Kampfaufträge einfach durchzufahren. Es wird das Niveau, der Le Chun werft sein, von der Schwierigkeit her der Kampfaufträge. Das ist zumindest die Aussage, die Borgaming in ihren Streams getätigt hat. Und ja, am Ende müssen wir irgendwoher zwei Werftbauphasen bekommen. Da gibt es einmal den Bezahlweg, den wir schon kennen, den etwas günstigeren Bezahlweg. Der hat nämlich hier zwei Schiffsbauphasen, 3.200 Dublonen. Das ist ein ordentlicher Rabatt, denn die Einzelfase, die kostet normalerweise 2.100 Dublonen, also 4.200, wenn man das addieren würde. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich noch ein paar mehr Schiffsbauphasen zu sichern, wenn man hier nochmal 12.000 investiert. Auch da ist eine ganz gute Ersparnis mit dabei. Muss aber am Ende jeder selber wissen, ob er hier Geld reinstecken möchte. Man kann ja die Werft auch bis Phase 28 komplett kostenlos durchspielen. Und interessant dabei ist zum Beispiel, das war auch auf Stufe 20, die West Virginia 44 hier unten bekommen. Habe ich euch hier mal eingeblendet. Das ist ein T7-Schlachtschiff, welches ein bisschen mehr Sekundärfokus hat im Dreadnought-Style. Also so wie wir es vom Vermont-Baum so ein bisschen kennen. Und dieses Schiff kann man eben komplett kostenlos bekommen. Und wenn man die West Virginia 44 schon hat, dann hat sich Wargaming diesmal ausgedacht, dass wir uns als Kompensation drei Werftbaufasen nochmal zur Verfügung stellen. Das heißt also für diejenigen, die die West Virginia 44 haben, wir müssen gar keine Dublonen investieren, weil wir ja eben zu den 28 mit der West Virginia zusammen dann nochmal drei weitere Werftbaufasen bekommen. Und damit würden wir dann die 30 eben auch erreichen und würden die Wisconsin komplett kostenlos als T10-Schiff im Spiel erhalten. Ich persönlich finde es eigentlich eine ganz coole Regelung, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist eine Möglichkeit, ein interessantes und vor allen Dingen realistisches Schlachtschiff eben zu erhalten. Also eins, was Historie hat, was es real gegeben hat, will ich damit sagen. Und ja, wie das Schiff ist und vor allen Dingen, wie im Detail die Werft, in welchen Szenarien sich wie lohnt. Und auch nochmal die Grundregel natürlich durch erklärt, auch ein bisschen hier Werft-Gameplay ist natürlich dann auch mit dabei. Das haben wir euch gezeigt und zwar in zwei verschiedenen Videos. Einmal haben wir euch die Wisconsin ausführlich vorgestellt als einzelnes Schiff. Und dann gibt es noch ein zweites Video, wo wir komplett die Werft erklären und die Werft auch durchrechnen, sodass ihr am besten wisst, was sich lohnt, wie viel Geld auszugeben ist und was man dafür auch als Gegenwert wieder zurückbekommt. Auch dazu gibt es ein separates Video bei uns auf dem Kanal. Solltet da auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr vollständig und umfänglich informiert werden wollt und die ganz kleinen Details und Tricks da vielleicht auch nochmal mitnehmen wollt, weil zum Beispiel interessant ist, wann man mit der West Virginia, wenn man die schon hat, die drei Werftbauphasen einlöst quasi. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, da vorzugehen, nur bis Stufe 20 zu kaufen oder gleich bis Stufe 30 und dann die drei Werftbauphasen am Ende zu nehmen, wenn man denn kaufen möchte. Das ist ja auch so ein Thema, denn die Stahlkompensation, die ist auch diesmal wieder drin. Das heißt, für jede Werftbauphase, die man eben erfüllt, obwohl man sie schon vorher gekauft hat, bekommt man wieder 250 Stahleinheiten. Also auch da ist natürlich wieder alle Optionen offen. Wer lieber Stahl in der Werftfarm, der kann das natürlich auch tun. Das wird natürlich etwas teurer dann. Hände an Steuerrad, Leute! Die asymmetrischen Gefechte, die gehen wieder los, denn wir haben sie ja zuletzt zu Weihnachten 2023 gehabt und jetzt mit dem Update 13.3 starten die wieder und zwar eigentlich mit den gleichen Regeln, wie wir sie vorher auch schon kennen. Fünf menschliche Spieler starten gegen zwölf KI-Bots. Die KI-Bots sind immer zwei Schiffsstufen unter dem, was wir als menschliche Spieler ausgewählt haben. Wir können wählen auf der Stufe 6 bis Stufe 11, also inklusive Superschiffe und dann geht es vorher frei. Die Division kann auf maximal fünf Spieler erweitert werden. In der Division dürfen wir uns nur in einer Schiffsstufe unterscheiden, also zum Beispiel der eine Spieler hat T10 und die nächsten vier Spieler dann T9. Das ist halt theoretisch auch noch möglich. Und es gibt noch eine Begrenzung, maximal ein Flugzeugträger, maximal ein U-Boot und dann gibt es die Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer, die jeweils bis zu zweimal in der Division verfügbar sein dürfen. Also da ist dann auch wirklich für jeden Schiffstyp und für jeden Schiffslenker was dabei. Und ich bin jetzt gespannt, was ihr von der neuen, temporären, also zeitlich begrenzten Einführung der asymmetrischen Gefechte in World of Warships haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch freut oder ob ihr sagt, na, können sie auch sparen, ich spiele eh lieber Zufall, Ranked oder Clan Wars oder so was. Oder seid ihr vielleicht doch eher ein Fan, so wie ich. Ich mag die asymmetrischen Gefechte durchaus mal einfach so als Erfrischung auch immer was ausprobieren. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Das nächste Thema, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist ein Konzepttest, den World of Warships im Update 13.3 mit uns machen möchte. Ihr seht die Tarnung hier im Hintergrund, die ich hier auf der Illinois drauf habe. Das ist eine spezielle Tarnung, Suprematism heißt sie und die sorgt dafür, wenn ihr Schiffe zerstört, bekommt ihr eine besondere Explosion der Gegnerschiffe. Das heißt also, wird das Schiff, auf das ihr schießt, von jemand anders zerstört, ist es die Standard-Explosion oder eben die Explosion, die er sieht. Kann ja sein, dass er auch diese gelbe Tarnung, die er dabei hat. Aber wenn ihr sie zerstört, ist sie eben anders als üblich und das soll, naja, ein neuer Test sein. Und wir als Spieler bekommen im Update 13.3 eine so eine Tarnung in den Hafen gestellt, können die quasi an unser Lieblingsschiff komplett kostenlos anbringen, um sie zu testen. Wir können weitere Tarnungen kaufen für Credits. Allerdings muss man wissen, mit dem Ende des Updates 13.3 werden diese Tarnungen wieder vom Spielerkonto entfernt. Und ich weiß nicht, ob wir dann die Credits wieder zurückbekommen oder ob Wargaming die einfach behält, weil ihr ja quasi was Neues ausprobiert habt. Ich fände es, ja, ein bisschen komisch, wenn die Credits dann einfach weg sind, weil er ja einfach nur einen optischen Vorteil gebracht hat. Man weiß jetzt auch nicht genau, wie teuer die sind, wobei wir können hier mal in die Waffenkammer gucken. Ich glaube, hier sieht man das. Hier genau 1,5 Millionen Credits wollen sie dafür haben. Drei Stück können wir kaufen, eine halten wir kostenlos. Also auch das ist dann nochmal so ein Punkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier sieht man auch mal die Animationen dann vielleicht auch. Das ist dann so ein Goldregen. Ist natürlich angelehnt an die goldene Woche, die jetzt im Update 13.3 auch eine Rolle in World of Warships spielen wird. Einen weiteren Punkt, den Wargaming mit World of Warships Update 13.3 einführen möchte, ist der garantierte Drop. Und zwar dafür, eine Übersicht zu beschaffen. Ja, garantierte Drops gibt es ja schon ein bisschen länger. Allerdings gibt es ja so viele verschiedene Container und jeder Container hat unterschiedliche Anzahl, die geöffnet werden müssen, damit der garantierte Drop auf jeden Fall rauskommt. Und dafür soll es in Zukunft eine Übersicht in der Waffenkammer geben. Ich bin jetzt die ganze Waffenkammer auf und abgegangen. Ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden, auf den PTS in diesen garantierten Drop reinzuschauen. Ich bin gespannt, wo man das dann sehen kann. Das können wir aber erst auf dem Live-Server sehen. Da werden wir gucken, dass wir das dann wieder in dem Release des Updates. Da haben wir dann ja auch einen Sonderstream, an dem Donnerstag dann euch ein bisschen detaillierter zeigen. Also am 11.4. könnt ihr euch jetzt schon mal mit einem Livestream hier bei YouTube, aber eben auch bei Twitch dann merken. Ja, und dann gibt es was Neues und zwar besonders für diejenigen, die Content-Creator sind rund um World of Warships. Und zwar bei den Einstellungen und beim Ton. Da kann man jetzt hier einen Schalter betätigen, nämlich lizenzierte Musik von Drittanbietern abspielen oder eben nicht. Ja, es gibt ja immer mal wieder so Kooperationen, die Wargaming macht. Und manche dieser Musikstücke, die sind eben lizenziert und sorgen dafür, dass man bei YouTube zum Beispiel einen Claim bekommt oder einen Claim bekommen kann. Und hiermit möchte Wargaming uns halt als Creator ermöglichen, quasi die lizenzierte Musik auszublenden. Und dafür wird dann Standardmusik gespielt. Muss man dann selber wissen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Möglichkeit. Und das finde ich persönlich als Creator natürlich gut. Okay, Leute, schauen wir uns den Eventpass in Update 13.3 an. Zumindest das, was wir jetzt schon sehen können. Prinzipiell kann man sagen, die Erfahrung aus den letzten Updates Live-Server PTS war so, dass der Bereich, der hier unten drinnen abgebildet wird, eigentlich 1 zu 1 übernommen wurde. Und das, was wir hier oben haben, das hat sich ein bisschen geändert in dem Sinne, wie viele Fortschrittspunkte man bekommt. Weil auf dem PTS soll man eben schnell durchgehen, weil da eben die Mechaniken getestet werden, ob das alles soweit funktioniert. Wir haben hier wieder zweimal die täglichen Aufträge dabei, Königs V und Goldener Koi. Die werden dann wieder 250 Basics P und 1500 Basics P täglich von uns abverlangen. Und dann bekommen wir zweimal wahrscheinlich 10 Fortschrittspunkte. Das ist jetzt reine Vermutung, wie viele Fortschrittspunkte es genau auf dem Live-Server dann gibt. Aber auf jeden Fall von der Sache her sollte das so sein. Dann haben wir hier den wöchentlichen Auftrag mit 25.000 Basics P und der Wochenendauftrag, der ja seit dem Update 13.2 neu ist, der dann nur von Freitag bis einstündig Sonntag geht für 7.000 Basics P. Womit man jedes Mal Fortschrittspunkte machen kann. Es gibt den kostenlosen Pass, das ist die obere Reihe. Mit dabei sind dann zum Beispiel da auch goldene Marken und das bringt uns eigentlich zum nächsten Thema. Denn diese Marken verraten jetzt schon, dass es ein Event geben wird, das Kai der Wünsche heißen wird. Und das ist angelehnt natürlich an die goldene Woche in World of Warships, an das Gesamtevent. Man kann diese Marken einlösen, um Premiumschiffe der Stufe 7 bis 10 freizuschalten. Thematische permanente Tarnung und die größte Belohnung, die Shikuma 2 Golden. Die Shikuma 2 ist ein Hybridkreuzer der Japaner, quasi eine weitergedachte Tone. Diese Shikuma hat es tatsächlich auch in der Realität gegeben und da haben sie nochmal ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel hat man jetzt zwei Flugzeugstaffeln dann mit dabei. Wir haben euch dazu ein ausführliches Vorstellungsvideo, also Ausblickvorstellungsvideo gemacht, wo wir uns den Dampfer schon mal ein bisschen genauer im Hafen anschauen. Da könnt ihr gerne reingucken, verlinke ich euch natürlich auch, dass ihr schon mal einen Blick für die Shikuma 2 habt. Hier in der Shikuma 2 Golden sind die Stats wohl komplett identisch, aber die Optik einmalig. Also was Besonderes eben angelehnt an die goldenen Marken. Sonst kann man hier sagen, gibt es noch goldene Woche Tarnung, gibt graue Boni, Kohle, Hafenslot. Ihr habt auch hier wieder Marken dabei, einen 6er Kapitän, den konnte man vor kurzer Zeit über einen World of Warships Bonus Code eben freischalten. Wer das damals jetzt nicht konnte, der kann es jetzt eben mit diesem Gefechtspass hier mitnehmen. Es gibt auch wieder Stahl in der oberen Reihe, 1500 Einheiten und hier ein Bonuspaket T7. Interessant ist jetzt auch die zweite Reihe, denn da haben sie Dublonen mit reingepackt. Und wenn man jetzt hier komplett den Bezahlpass macht, dann zahlt man dafür 2500 Dublonen. Das ist der Kaufpreis für die gesamte untere Reihe, um die freizuschalten. Und wenn man aber diesen Pass komplett durchspielt, kriegt man 2500 Dublonen wieder zurück. Und nebenbei dann auch noch permanente Tarnung, Dämmungsharmonie. Das ist die Tarnung, die es damals zum Vorabzugang gab für die T8, 9 und 10 Kreuzer. Hier jetzt hier in diesem Premium Pass ist T8 und T9 mit drin. Für T10 gibt es diese Tarnung jetzt hier in dem Fall noch nicht. Ein 10er Kapitän ist mit dabei, blauer Bonus. Auch hier nochmal ein permanenter Bonus. Auf T7 kann man ein beliebiges Schiff anbringen. Und hier seht ihr immer wieder Dublonen dazwischen. Ein grüner Bonus. Und am Ende gibt es die Kongo-Japanischer Lack. Die sieht dann so aus, die gibt es auch schon ein bisschen länger im Spiel. Aber es ist eine meiner liebsten Tarnungen im Spiel. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euch dieser neue Event Pass gefällt. Und wenn, ist ja wie gesagt, man muss nur mal sagen, ist immer noch Work in Progress. Also kann sich trotzdem immer noch was ändern, auch wenn es in der Vergangenheit immer gleich geblieben ist. Was haltet ihr von der Kompensation in Dublonen, wenn man diesen Premium Pass bis zu Ende auf Stufe 20 hochspielt, dass man dann quasi den kompletten Pass auch kostenlos hatte? Es wird noch weitere Inhalte in World of Warships geben. Unter anderem für die Mogami eine japanische Lacktarnung, die ihr jetzt hier auf der Yamato auch gerade seht. Möglicherweise wird es diese Tarnung eben auch nochmal dann in diesem Event Kai der Wünsche geben. Dazu kommt, wie gesagt, auch eine Andenkenflagge, die wir dann für die goldene Woche da irgendwie mit freischalten können. Und es wird auch eine Aufnäher und eine Flagge für das Warships Master 2024 geben. Also auch da können wir dann gespannt sein. Ich denke, das ist dann nur für diese Turnierteilnehmer dann eben vorbehalten. Aber es gibt noch was weiteres und zwar einen Premium Container am Rheinufer. Und in diesem Premium Container kann die Wiesbaden drin sein als Schiff mit einer Dropschlange von 2,5%. Gute Nachricht ist aber, wir müssen bei diesem Container Gambling nicht mitmachen, denn es wird auch einen alternativen Weg geben, die Wiesbaden zu erhalten. Ob das jetzt durch irgendeine Kampfauftragsreihe sein wird, ob das jetzt durch Echtgeld im Premium Store sein wird oder in irgendeinem anderen Weg, der wahrscheinlich nicht mit RNG behaftet ist. Das ist jetzt nicht ganz klar, aber in 2024 hat Wargaming bis jetzt immer diese Struktur eingehalten, dass sie mindestens zwei Wege für dieses Schiff ermöglichen und das auch vorher sagen. Also von daher ist das jetzt auch wieder so ein Ding, was ich persönlich auf jeden Fall schätze. Denn 2023 war das beileibe nicht immer so und das ist eine gute Entwicklung, die Wargaming jetzt an dieser Stelle hier aus meiner Sicht zumindest macht. Und nun habe ich noch zwei weitere Hinweise für euch und zwar Balanceänderungen, die im Update 13.3 eine Rolle spielen werden, denn U-Boot-Kapitäne werden weiter den Muschelsand wahrscheinlich beißen. Denn mit dem Update 13.3 werden Wasserbomben in World of Warships relativ stark wieder überarbeitet und zwar allen Dingen die Nationen, die relativ schwachen Alpha-Damage bei den Wasserbomben hatten. Also zum Beispiel die Europäer, die Deutschen, die Panasiaten, die UdSSR, die Niederlande und dann auch noch ein paar Primumschiffe jedes Mal, auch aus den Nationen, die ich schon genannt habe. Aber eben auch die Alvaro de Bazan, die Almirante Grau und aus dem Forschungsbaum die Attilio Regolo, den T10-Zerstörer der Italiener. Es wird hauptsächlich an den Alpha-Damage-Werten gearbeitet oder aber auch an der Granaten, also an der Bombenanzahl. Manchmal wird bei der Trom zum Beispiel von 6 auf 16 Wasserbomben erhöht und bei manchen Schiffen werden Wasserbomben hinzugefügt, wie jetzt dann zum Beispiel bei der Ochotnik und auch bei der Leone. Das ist zumindest das, was Wargaming auf ihrem Development-Blog auf der Webseite angekündigt hat. Also auch da gibt es dann nochmal ein paar Neuigkeiten und für U-Boot-Fahrer wird das weiterhin relativ schwierig bleiben oder weiterhin schwierig werden. Und dann habe ich für euch noch die Nachricht für die Vermont und die für die Colombo. Denn da gibt es ja, ihr wisstet schon, neue legendäre oder einzigartige Verbesserungen, die da getestet werden. Und zwar werdet ihr unter anderem die Testschiffe Utah und Amerigo Vespucci wieder auf dem Live-Server als Testschiffe sehen. Und das sind am Ende Testschiff-Pendants für dieses legendäre Modul. Das ist ja quasi fest eingebaut, wenn man dazu sagen möchte. Auch dazu gibt es natürlich schon Informationen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Unter anderem wird bei der Utah, also bei der Vermont im legendären Modul, die Nachleihzeit der Hauptgeschütze reduziert. Und oder bei dem Italiener als Beispiel jetzt auch die Streuungsellipse um 6% kleiner gemacht. Und das bei 16 Granaten. Das kann also auch da schon relativ viel ausmachen. Wer da komplett alle Infos haben möchte, schaut gerne nochmal in unser Video zu den einzigartigen neuen Verbesserungen, die World of Warships da testen möchte. Da haben wir uns ein bisschen intensiver mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Das wird jetzt hier aus meiner Sicht den Rahmen sprengen. Okay, jetzt habe ich wieder versucht, euch allumfassend die Infos zu World of Warships mit dem Update 13.3 zu geben. Zumindest das, was wir eben jetzt schon sehen können. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Wenn es so ist, denkt bitte jetzt an den Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal hier bei YouTube komplett kostenlos. Empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr Bock auf Livestreams habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier bei YouTube oder eben auch bei Twitch immer dienstags, mittwochs und samstags ab 20 Uhr mit dabei seid. Und uns die Daumen drückt und mit uns chattet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch gerne ein paar Fragen ausdenken. Oder einfach ein paar Fragen beantwortet bekommen, die wir jetzt hier vielleicht in dem Video jetzt nicht beantwortet haben. Einfach reinstellen, einfach melden und dann seid ihr da mit dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video hier bei uns auf dem Seacross-Kanal. Und haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.